Was sind sogenannte Debs? Ja, und das ist ein Begriff im Bereich der Kryptowährungen, wo man hier sehr häufig darauf stößt, hat aber nicht unbedingt zwangsgleich mit Kryptowährungen zu tun, sondern das sind dezentralisierte Anwendungen, also Decentralized Apps. Also wir kennen ja Apps von iPhone und von Mobiltelefonen, das heißt in Anwendungen sind Programme, Software, mit denen man verschiedene Dinge machen kann. Der Unterschied ist hier, dass sie dezentralisiert sind, das heißt es gibt keinen zentralen Speicher dort, sondern ein dezentrales Netzwerk, über die Blockchain beispielsweise, andere Begriffe haben wir hier auch in unseren Krypto A bis Z. Können beispielsweise Nachrichtendienste, Online-Dienste sein oder auch E-Voting-Systeme. Also das heißt, dass man Marlin komplett sicher und dezentralisiert in einer Blockchain durchführen kann. Also hochinteressant für Anwendungen, lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, wenn du das gesamte Kryptolexikon von A bis Z downloaden möchtest, dann klicke gerne unterhalb von dem Video, da kannst du dir alle Begriffe ansehen, wir haben alles wesentlich zusammengefasst. Wichtig, dass man in Kryptodschungeln sich, dass man die Begrifflichkeiten lernt und sich damit gerade am Anfang auseinandersetzt und da hilft dir das Lexikon sehr gut weiter. Wir sehen uns gerne im nächsten Video, bis dahin, euer Drosten Wittmann.